Du müsst eine mysteriöse Frau finden. Ach, bloß wie? Das ist hier die Frage, Minion. Okay, da kann man leider nicht hochklettern. Ähm... Da ist ein Weg. So ein... Wo schon gelaufen wurde. Dann folgen wir den Spuren mal. Machen wir auch sowas? Ja, machen wir. Okay. Ah, ne. Ach, okay. Das hatte ich gerade gar nicht gesehen. Die ist hier oben lang. Alles klar. Alle Clashen. Jo. Naja, bloß mit dem Schnee zu rennen, ist ein bisschen scheiße. Ist man so langsam und alles. Und mit alles meine ich alles. Da ist sie! Oh, oh. Oh, oh. Oh, bleib doch stehen, Weib. Oh, dann muss man nicht reden. Ich bin nicht dein Feind. Wir sind dein Feind. Bitte hör mir doch zu. Oh mein Gott, Weib, du lass mich doch sprechen. Genug. Boah, hättest du dir auch noch Wilf oder was? Alter, was geht da denn ab? Ah, okay. Checky, das muss man im richtigen Moment machen. Okay. Voll die Bestien, ey. Junge, Junge, Junge. So, Nummer 1. Der andere noch hier irgendwo. Ah, wir können wir ihn plündern, ne? Was, der ist dabei? So, mysteriöse Frau. Wo bist du? Du bist bestimmt da oben. Wieße? Du kostest mich Nerven, Weib. Hinweis analysiert. Ziel lokalisiert. Okay. Ah, fuck. Die kann das besser als ich. Vielleicht, wenn wir hier rüber gehen, können wir die vielleicht im Sprung erwischen. Ah, egal. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Hazen, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen für's Erste. Was? Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazizio? Nenn mich einfach Zio. Zio? Peter? Zio. Peter. Zio. Nun, sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die... Nein, wir lügen dich an. Wir lügen wie? Du bist schön. Du riechst gut oder hast eine schöne Familie. Oder wie, ich habe einen kleinen... Ne, einen großen Penis. Nein, das ist aber keine Lüge. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von ihr vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Volk von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihn. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir fliegen. Okay. Die ist echt besser als wir. Was willst du, Han? Ja. Ja. Können wir die Waffe eben wegstecken oder so? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja, ich suche einen Streit. Einen ganz großen, gewaltigen Streit. Oh, der Handelsposten. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Square wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Zicke. So wie ich. Bist du sicher, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja. Sehr schlau. Gib den Dingen schönen Namen und schon wird alles verziehen. Ist klar. So, dann noch die belauschen. Ich bin immer fällig. Was? Wie? Leck mich. Ich bin da doch nur mal vorbeigelaufen. Verdammt. Scheiß-Huren. Scheiß-Huren. Verdacht ist, glaube ich, weg. Der geschöpft wurde. Expedition. Genau. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja. Sehr schlau. Gib den Dingen schönen Namen und schon wird alles verziehen. Ach so. So, gibst du sonst noch was? Ach so, wir müssen wieder raus. Okay. Oi! Wohin willst du? Ich? Dein Zwillingsbruder. Also ich... wollte gerade gehen. Ah? Und nun? Tja, nun... Hahaha. Wohin willst du dir ein paar Zellen erzählen? Hahaha. Und du hattest Angst, ich könnte das probieren? Shit, ey. Ich schwöre. Hahaha. Geil, Mann. Schöne Kneipenschlägerei. Meinen zu kaufen, werte Frau. Deswegen hast du das Haus verlassen. Halt ihn! In der Kneipenschlägerei. Ups. So manche Verletzerei. Drei zwischen Knochenbruch und Zahn gezogen. Kriegst du auch noch in den Hintern einen Bogen. Hahaha. So, meine Fresse. Arsch doch. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Trink mal. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Oh, das ging ja schnell weg da. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Bradox Camp. Okay.